Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, wir waren genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Es geht zu den Gebetsfällen. Na, keine Krähe erwischt. Vielleicht doch. Es geht zu den Gebetsfällen mit Kina. Äh, da liegt irgendwas rum. Irgendwas interessantes für uns. Das ist wie Echsen... Echsen-Schwanz. Ich weiß noch nicht, was man draus macht, aber... Es scheint etwas Besonderes zu sein. So, 10 EP. Eine Krähe. Ölpfeil. Naja, okay. Irgendwie Menschen brauchen wir zwar nicht, aber... Hat die Krähe irgendwas fallen gelassen? Nee, ne? Brien, was meinst du mit Massive Beasts? Also, irgendwelche großen Viecher? Was könnten das sein? Zyklopen? Vielleicht Zyklopen. Ich verstecke mich gerade so ein bisschen hier im Wald, aber... So richtig sicher ist man eigentlich nirgends, ne? So kaputtes Zelt, oder? Monster oder Banditen? Eins von beiden. Gehen wir mal nach hier oben. Haben wir überhaupt nicht eine etwas bessere Aussicht. Der Dürrniswald. Hier links ist so eine Art... Naja, Canyon. Kann man das Canyon nennen? Durchgang, aber solche Durchgänge mag ich nicht. So, was liegt denn hier rum? Gransis Crown. Hm, was ist das? Ödnisblüte. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. An meine Vasallen. Falls ihr Ödnisblüten findet, dann... Sammelt die doch einfach mal ein. Sonnenglanz. Naja, okay. Monsters must be near. Feenklimmeln. So was brauche ich nicht. Geldbeutel. Ja, immer wieder gern. Da ist irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwas ist das? Ist das gut? Ist das schlecht? Wir wissen es nicht. Ja, wir sind relativ... Moment mal. Was willst du, blöder Hirsch? Also, wir müssen da hin. Aber irgendwie... Was ist das? Ich bin grad ein bisschen neugierig. Die Abtei. Oh. Guten Tag. Ja, ich hab also die Kraft, Drachen zu siegen. Friedhof. Meine Kiste einfach mal so... Mahagoni umhangen. Hm. Werden wir uns gleich mal... genauer angucken. Ja, genau. Erstmal alles plündern. Draußen Kräuter sammeln wollt ihr nicht, ne? Aber hier... Alles geplündert. Ja. Gut. Betreten werden wir die Abtei jetzt nicht. Das möchte ich nicht. Ich hab nämlich keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir haben ja... einen laufenden Auftrag. Und das heißt, Kinder zu den Gebetsfällen bringen. Und nicht zu der Abtei. Wir sind ja auch nicht mehr weit entfernt. Die Strecke war relativ ruhig. Das ist auch gut so. Bei Escort-Missionen... hab ich's eigentlich nicht zu gern, wenn ich zu viel kämpfen muss. Wir sind fast da. Ich hab auch grad auf die Karte geguckt. Wer steht da unten? Wahrscheinlich von der Abtei, ne? Du bist ne nette Person. Ansprechen. Sag doch was. Jan. Hat sie schön gesagt. Die Gebetsfälle. Oh, vielen Dank. Ja, ja. Ein Moment der Stille. So, Auftrag gemeistert. Sehr schön. Haben wir Kinder tatsächlich heil hierher gemacht. Und die Abtei gefunden. Und wenn ich jetzt meinem Plan, ähm, folgen würde, müsste ich jetzt zurück nach Kasades und weitermachen mit Clemente. Ich glaub, das werd ich auch machen, das macht Sinn. Dass man einmal die ganzen Sidequests durch hat und weitermacht. Oh. Ohohoho. Eine Mine. So, hier. Schiffen. Kupfer. Sprungstein. Ach, genau. Haut alle rein. Na, wollt ihr nicht mehr? Ach ne, ist leer. Ist leer. Was haben wir hier? Verfluchte Figur. Hm, was ist das? Sollen wir die mitnehmen? Was ist das? Nimmt jemand diese verfluchte Figur mit? Ähm. Ich weiß nicht. Verfluchte Figur. Sollte ich die irgendwann mal brauchen für irgendetwas, wird mir das sicherlich gesagt werden, ne? Dann weiß ich, okay, die ist bei der Abtei. Aber. Solange ich nicht weiß, wofür ich eine verfluchte Figur brauche, muss ich sie auch nicht dabei haben. Bringt wahrscheinlich nur Unglück. Wann krass. Ich glaub, das bringt Gesundheit. Wir können den Dürmeswald ja noch ein bisschen erkunden, oder? Also bevor wir nach Kassades zurückkehren, können wir hier noch so ein bisschen... Wir gucken uns mal um. Schaden wird's nicht. Wir gucken uns mal auf.